Ah, Mist! Ich schliff ihn erst mal. Der da hinten muss weg. Kannst du ruhig sein? Es gibt gar keinen hier. Ich habe keine Ahnung. Ich will das nicht machen. Ja, natürlich. Frost, tauch los, Spinner. Spasti. Stöpfl-Ener-Wixer. Ich mache gar nichts. Das haben sie scheiße gemacht im Spiel, dass man nicht diesen Scheiß die ganze Zeit sieht. Ey, wie schwul! Mann! Na ja, Spasti hat diese Scheiß erfunden, Mann! Was war das denn? Dritte Reihe rechts. Da muss ein einziger Pinöbel ausgetauscht werden. Ein einziger Pf-F-F-Pinöbel. Ja, natürlich. Schon logisch. Mann, das ist schwul, Mann. Jetzt wird die Lösung raus. Ich habe keine Lust mehr. Ich kriege das nicht hin. Das ist Müll. Das Dreck ist widerlicher Müll, dieser eklige, verfickte Scheiß, Mann. Den haben wir schon. Toll. Große Aktion. Jetzt haben wir hier einen kleinen Weg zusammen gebastelt, aber der bringt uns gar nichts. So, wir haben da, fangen wir an. Dann geht es nach oben, nach rechts. Und dann geht es nach oben. Und dann geht es nach oben. Nein! Jetzt muss oben mit der zweite, muss erinnert werden. Erinnert ja auch nicht. Sie nahten uns Gott, aber... Mir fällt kein Wort dazu ein. Auf den Schock muss ich erstmal was machen. So, jetzt bin ich vollkommen bestätigt. Der Bodensch brüht verfunken. Sieht gefährlich aus. Gehst du rein, aber Siegbert. Hat mir ein bisschen scheiße gemacht, diese Ansicht. Haha. Wir gehen runter. Wenn es nur wenige da eins Ruhe ist, ne? Ja. 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 Oh, bin ich erleichtert. Ein Klon. Ne, 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 ne. Das hat noch keiner geschaffen. Aber sch-